Herzlich willkommen bei Nextmove zu den Next News. Wir haben diese Woche folgende Themen für euch. Strafzölle vor dem Aus, Schamoffensive Elektroauto, E-Auto-Boom in Hamburg, Vollgeladen für 5 Euro, Erlkönigschau und Neues von Nextmove. Strafzölle vor dem Aus. Eine EU-Untersuchung hatte gezeigt, dass chinesische E-Auto-Hersteller massiv von unfairen staatlichen Subventionen profitieren. Dazu zählen zinsgünstige Kredite, niedrige Steuersätze, subventionierte Energiekosten und weitere Vorteile, die den Preis ihrer Fahrzeuge künstlich nach unten drücken. Die EU schlussfolgert, Fahrzeuge aus China werden um rund 20% günstiger angeboten, als es ohne diese Subvention der Fall wäre. Diese Praxis verstößt klar gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. Um diese unlauteren Subventionen auszugleichen, wurde je nach Hersteller ein Strafzoll von bis zu 35% festgesetzt. In einem Interview mit NTV erklärte jetzt der SPD-Politiker und Vorsitzende des EU-Handelsausschusses Bernd Lang, wir stehen kurz vor einer Lösung mit China, um die Zölle abzuschaffen. Die Idee, China verpflichtet sich, seine E-Autos in der EU zu einem Mindestpreis anzubieten, wodurch der Tatbestand der Wettbewerbsverzerrung offiziell wegfiele. Bereits im Oktober hatte China laut Reuters angeboten, den Mindestpreis auf 30.000 Euro festzulegen. Damals wurde das noch abgelehnt. Jetzt scheint dieser Vorschlag aber wieder auf dem Tisch zu liegen. Was würde ein solcher Kompromiss bedeuten? China wäre zufrieden, weil die Strafzölle abgewendet würden. Deutschland würde seine Interessen wahren, da die heimische Autoindustrie eng mit den chinesischen Herstellern kooperiert und ohnehin gegen Strafzölle war. Ein Handelskrieg könnte vermieden werden. Frankreich könnte sich freuen, da Kleinwagen von Renault und Stellantis keinen zusätzlichen Wettbewerb aus China fürchten müssten, zumindest auf dem Papier. Aus meiner Sicht ist aber so ein pauschaler Mindestpreis von zum Beispiel 30.000 Euro eine ziemliche Luftnummer, selbst dann, wenn sich die Preisangabe auf die echten Endverbraucherpreise bezieht, also nach Abzug von möglichen Rabatten. Denn was bedeutet das? Erstens, keine Strafzölle. Damit akzeptiert die EU die unlauteren Subventionen für chinesische Unternehmen. Zweitens, Wettbewerbsverzerrung. Prämienfahrzeuge und Kompaktklassefahrzeuge können preislich weiterhin beliebig platziert werden. Drittens, Verlust der Kleinwagenkonkurrenz. Preisgünstige Modelle wie der Dacia Spring wären kaum noch wettbewerbsfähig, außer sie würden in Europa produziert. Viertens, kein Anreiz für erschwingliche E-Autos. Gerade die Hoffnung vieler Verbraucher auf günstige E-Autos aus China dürfte sich so nicht erfüllen. Und fünftens, Hintertür-Leasing. Besonders spannend wird die Frage, ob eine solche Regelung auch Leasingraten abdecken würde. Leasing macht einen Großteil des Marktes aus, beim MG4 aus chinesischer Produktion ja 80 bis 90 Prozent. Und hier könnte eine entscheidende Lücke entstehen. Am Ende bleibt die Frage, ob ein Mindestpreis wirklich der richtige Weg ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die EU beweist illegale Subventionen und verhängt Strafzölle. Dann kommt die Bundesregierung und will aus dem Strafzoll einen Minimumverkaufspreis machen. Aus einer Strafe wird also eine garantierte Rendite für Hersteller in Form eines staatlich verordneten Verkaufspreises. Zum Schaden der Käufer. So erging es übrigens 2012 auch den europäischen Solarmodulherstellern, von denen heute kein einziger mehr da ist. Die Idee klingt wenig überzeugend, da sie letztlich die Marktmechanismen verzerrt und den Verbrauchern erschadet als nützt. Aber eins ist klar, die Diskussion zeigt einmal mehr, wie komplex die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China geworden sind und wer am längeren Hebel sitzt. Wir bleiben gespannt, wie sich die Verhandlungen so entwickeln und ob es wirklich zu einer Einigung in Form eines Mindestverkaufspreises kommt. Schamoffensive Elektroauto. Gestern gab es eine spannende Pressemitteilung aus dem VW-Konzern. Gemeint ist aber nicht, dass man in China die Kooperation mit dem SAI-Konzern bis 2040 verlängert hat, eine Modelloffensive für den chinesischen Markt ankündigt und sich vom Werk in Xinjiang in der Uiguen-Region trennt. Offiziell werden übrigens wirtschaftliche Gründe dafür angeführt. Immer wieder hatte es in den letzten Jahren aber Vorwürfe zu Zwangsarbeit im dortigen Werk gegeben. In der jetzigen Meldung geht es um neue Impulse für den heimischen Markt. Die Volkswagen Group wird in den kommenden Wochen und Monaten erstmals durch eine markenübergreifende Kommunikationskampagne zum Kennenlernen der Elektromobilität einladen. Dabei werden klare Fakten und nachvollziehbare Botschaften in vielfältigen Formaten gegen immer noch verbreitete Mythen gesetzt. Weiter heißt es, der Abbau von Vorurteilen und damit von Kaufbarrieren über Medien oder eigene Kanäle wird durch das eigene Erleben von E-Mobilität ergänzt. Deshalb wird die Kampagne auf Markenebene punktuell durch Probefahrtenprogramme, attraktive Einstiegspreise, spezielle Leasingangebote und nachgeschärfte Händlerschulung flankiert. Ein spezielles Leasingangebot startete diese Woche übrigens schon einige Tage vor der Meldung. Unter der Überschrift ID.GTX Sportwochen startete VW eine Aktion mit Sonderkonditionen für die GTX Modelle mit Leasingraten von unter 1% des Prodolistenpreises. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 23. Dezember. Aber in der aktuellen Kommunikationsoffensive geht es natürlich um mehr, nämlich um das große Ganze und um einen Stimmungswandel. Dabei werden zentrale Themen wie Alltagstauglichkeit, Batterielebensdauer, Ladekomfort, Kostenvorteile und Nachhaltigkeit adressiert. Man will Vorurteilen Fakten gegenüberstellen. Auf der Konzernseite wurde auch ein neues Infohub zur Elektromobilität geschaffen. Bei den Unterhaltskosten versteckt man sich dort aber nicht etwa hinter dem Energiekostenvergleich des Wirtschaftsministeriums, der ja an vielen fossilen Tankstellen aushängt, aber bei den E-Autos nur den Hausstromtarif berücksichtigt, sondern es werden auch externe Vergleichsportale verlinkt, die mit den Preisen an öffentlichen Ladesäulen vergleichen und rechnen. Verlinkt sind außerdem Simulationsrechner für die real erzielbare Reichweite, bei der Interessenten ihr Fahrzeug, das Fahrprofil und die äußeren Bedingungen einstellen und das Tool zeigt, was man dann in der Praxis noch an Reichweite erwarten kann. Was Wirtschaft und Politik noch tun können, um die 2024er-Delle bei der Elektromobilität zu überwinden, war diese Woche übrigens auch Thema auf einer Veranstaltung des BDEW in Berlin. Mehr dazu am Ende der Sendung. Elektroboom in Hamburg. Hamburg gehört zu den Regionen in Deutschland mit der höchsten Dynamik beim Markthochlauf der Elektromobilität. Die Durchdringung im Fahrzeugbestand liegt aktuell bereits bei 7% Autos mit Stecker, wobei in diesem Wert auch Plug-in-Hybride mit eingeschlossen sind. Aktuell gibt es in Hamburg knapp 3000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Der kürzlich vorgestellte LWA-Report bescheinigt Hamburg auf Bundeslandebene den mit Abstand höchsten Wert an öffentlichen Ladevorgängen gemessen an der Einwohnerzahl. Auch die Stadt selbst treibt das Thema voran. So heißt es auf der Seite der Hamburger Polizei, seit dem 1. November 2015 dürfen mit E-Kennzeichen ausgestattete Elektrofahrzeuge in Hamburg an allen Parkscheinautomaten bis zur jeweiligen Höchstparkzeit gebührenfrei geparkt werden. Auch bei der Durchsetzung der Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen, also gegenüber Falschparkern, hat sich Hamburg bereits vor Jahren als sehr aktiv erwiesen. Zum einen über entsprechende Bodenmarkierungen an Ladestationen, als auch über eine passende Beschilderung, die sowohl ein E-Kennzeichen am Fahrzeug als auch einen aktiven Ladevorgang erfordert. Tagsüber gibt es zudem eine Standzeitbegrenzung, nachts dürfen E-Autos länger stehen und es gelten folgende Spielregeln. Außerhalb der angegebenen Bewirtschaftungszeit, werktags 9 bis 20 Uhr, dürfen sie jedoch zeitlich unbegrenzt und deshalb ohne Parkscheibe parken, wenn gleichzeitig ein Ladevorgang gestartet wird. Ich würde das so sehen, dass zumindest nicht die ganze Nacht durchgehend geladen werden muss, sondern ein Ladevorgang eben nur gestartet worden sein muss zu Beginn der Parkzeit. Wem diese Art der Beschilderung zu komplex ist, findet auf der Seite der Polizei Hamburg auch entsprechende Erklärungen. Eine Zeit lang wurden sogar zusätzlich einfach laminierte Hinweisschilder an den Schildern mit angebracht, damit sich Falschparker nicht herausreden können, man hätte die Beschilderung nicht verstanden. Adressiert an die Verbrennerfraktion heißt es, wer ein solches Kraftfahrzeug auf diesen Sonderparkflächen für EKFZ-Park muss damit rechnen, dass das Fahrzeug abgeschleppt wird. Aber wer betreibt die Ladestationen? Im AC-Bereich, also für normales Laden, ist auffällig, dass ein Anbieter extrem dominierend ist. Der kürzlich erschienene LWA-Report bescheinigt den Hamburger Energiewerken einen Marktanteil von sensationellen 92,4%. Aber der dazugehörige Ladetarif ist sehr einfach. 49,9 Cent pro Kilowattstunde, egal ob AC oder DC. Keine Grundgebühr, keine Zeitzuschläge, keine Blockiergebühren. Das Prinzip scheint gut zu funktionieren, denn im AC-Bereich haben die Hamburger Energiewerke im deutschlandweiten Vergleich eine Top-Auslastung. Der LWA-Report bescheinigt Platz 2 beim Effektivitätsfaktor mit einem Wert von 3,6. Die Zahl bedeutet so viel, dass die Auslastung der eigenen Stationen um ein mehrfaches über dem deutschen Durchschnitt liegt. Ich würde mal sagen, das klingt nach einem spannenden Geschäftsmodell. Zum Jahresbeginn erfolgte übrigens die Übergabe der Stationen an eine neu gegründete Gesellschaft Hamburger Energiewerke Mobil aus rechtlichen Gründen, die sich jedoch ebenfalls zu 100% im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg befindet. Diese Bündelung auf einen Anbieter ist natürlich problematisch. Bei über 90% Marktanteil liegt hier eine klare Monopolstellung vor. Zukünftig geht man aber auch in Hamburg den Weg des Wettbewerbs. Vergangene Woche gab es eine Vergabe der Konzessionen für 2.500 neue Ladepunkte für die Stadt Hamburg, überwiegend AC-Stationen, aufgeteilt in 5 Lose, die entsprechend an 5 Anbieter vergeben wurden. Ähnlich wie im Deutschlandnetz wurden dabei aber keine festen Standorte vergeben, sondern nur entsprechende Suchräume definiert, die jeweils einen Durchmesser von ca. 500 bis 800 Meter haben, innerhalb dessen sich die Anbieter bewegen können. Die feierliche Vertragsunterzeichnung erfolgte am vergangenen Freitag im Hamburger Rathaus. Damit verbunden sind aber auch zeitliche Vorgaben. Der Aufbau muss bis Mitte 2027 erfolgen. Die Konzession läuft danach für 8 Jahre. Die ausführenden Unternehmen sind Quello, Enercity Mobility, EZE Network, Ubitricity und Vattenfall. Allein diese Vergabe sorgt dafür, dass sich das Angebot an Ladepunkten in dieser Zeit in Hamburg fast verdoppelt. Da parallel aber sowohl die Hamburger Energiewerke Mobil als auch andere Betreiber weiter ausbauen, will man den aktuellen Bestand in den kommenden drei Jahren vervierfachen. Interessant ist, dass auch Enercity erneut einen Zuschlag bekommen hat. Das Energieunternehmen aus Hannover hatte ja kürzlich bereits in seiner Beteiligung an Autostrom plus den Zuschlag im Deutschlandnetz für ca. die Hälfte der ausgeschriebenen Autobahnparkplätze mit WCs bekommen. Wir hatten ja kürzlich auch über die Eröffnung des ersten Ladeparks dort berichtet. An dieser Stelle auch noch ein kleiner Nachtrag zur Preisgestaltung für den neuen Betreiber. Der Ad-hoc-Preis liegt ja bei 59 Cent pro Kilowattstunde. In der App des Marktführers EnBW wurden zum Start allerdings 89 Cent aufgerufen. Wir hatten entsprechend kritisch darüber berichtet. Dieser Preis wurde in der Mobility Plus App jetzt auf 69 Cent angepasst. Vollgeladen für 5 Euro. Die Pfalzwerke sind einer der führenden Anbieter für schnelles Laden in Deutschland. Aktuell rangiert das Unternehmen sowohl bei der Anzahl der Standorte als auch bei den Ladepunkten auf Platz 7 in Deutschland. Im Marketing hat man in der Vergangenheit häufiger auf Aktionsangebote gesetzt, um mehr Aufmerksamkeit für die eigenen Standorte zu bekommen, oft verbunden mit kleineren Zahlenspielen. Die nächste Aktion läuft am Samstag, dem 7. Dezember. Und wie das Datum schon fast vermuten lässt, wird es diesmal richtig günstig. 7 Cent pro Kilowattstunde. Die Aktion gilt aber nur an ausgewählten 33 Aktionsstandorten. Bei der Auswahl hat man vorrangig auf neue Standorte gesetzt, also solche, die erst in den letzten Monaten ans Netz gegangen sind. Ein Blick auf die Aktionsseite zeigt aber, dass die Standorte relativ gut übers Land verteilt sind. Auf der interaktiven Standortkarte gibt es übrigens auch einen Live-Belegungsstatus, denn bei 7 Cent pro Kilowattstunde könnte es ja durchaus etwas voller werden und man kann vorab schon mal schauen. Den Link zur Seite findet ihr unterm Video in der Infobox. Wichtig, den Aktionspreis bekommt ihr nur bei Ad-Hoc-Bezahlung über den QR-Code an der Ladesäule, also vertragslos ohne Registrierung. Der Aktionszeitraum ist eben am 7. Dezember von 10 bis 19 Uhr. Maßgeblich für den Preis ist der Startzeitpunkt des Ladevorgangs, nur dann wird in der App auch der Aktionspreis angezeigt. Aktuell werden ja in Deutschland statistisch gesehen pro öffentlichen Ladevorgang ca. 23 Kilowattstunden geladen. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass dieser Wert bei 7 Cent pro Kilowattstunde mindestens auf das Doppelte steigt. Insofern fand ich die Überschrift vollgeladen für 5 Euro recht passend. R-Königsschau. Nicht jedes Fahrzeug mit Tarnfolierung ist zwangsläufig eine Neuheit. Manche Hersteller lassen folierte Fahrzeuge oft als Dauerlauf-Testfahrzeuge einfach über Monate oder Jahre weiterlaufen, vor allem BMW ist dafür bekannt. Manchmal gibt es aber auch Menschen oder Unternehmen, die Tarnfolie benutzen, um mehr Aufmerksamkeit auf das eigene Fahrzeug zu lenken, so wie hier bei diesem BMW i3, gesichtet von Rainer in Raststadt. Wer das Auto fotografieren möchte, dem wird über den integrierten QR-Code der Absprung zur Webseite eines Unternehmens angeboten, das sich auf kleine gewerbliche Nutzfahrzeuge, natürlich elektrisch, spezialisiert hat. Die nächste Einsendung kommt von Christian. Er hat dieses Auto am Tesla Supercharger in Bratislava gesichtet. Das Auto ist der neue Nissan Leaf, hier unterwegs mit spanischen Kennzeichen. Und eine wichtige Neuerung können wir bereits sehen, das Auto hat einen CCS-Anschluss. Weiter geht's mit diesem Auto gesichtet von Timo in Berlin. Hier zu sehen ist ein Neo Firefly Testwagen unterwegs mit tschechischen Sonderkennzeichen. Und hier nochmal was Kleines gesichtet von Oliver am Schnelllader bei Lidl in Dortmund-Schüren. Das Auto ist der neue Renault 4. Der Testwagen hatte französische Kennzeichen. Neues von Nextmove. Am Mittwoch war ich ja mal wieder in Berlin. Der Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft hatte eingeladen zu einem Deep Dive Road to Zero in der Landesvertretung Baden-Württemberg mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Mit dabei waren unter anderem Andreas Jung stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU sowie klima- und energiepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der übrigens auch E-Auto fährt, aber in der Veranstaltung keine verbindlichen Aussagen dazu abgeben wollte, ob seine Kollegen das Thema Verbrenner aus im Wahlkampf wieder auspacken wollen. Außerdem am Start Winfried Herrmann, Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Hervorragend moderiert wurde die Veranstaltung von Peter Schwirtz, Chefredakteur bei Elektref. Die Branche wünscht sich vor allem Verlässlichkeit und Planbarkeit bei den politischen Rahmenbedingungen, um das nötige Investitionsklima aufrechtzuerhalten. Politische Grabenkämpfe um ein vermeintliches Verbrenner aus werden als nicht hilfreich angesehen. Bestrebungen nach einer Senkung der Strompreise werden begrüßt. Besonders herausfordernd beim Ausbau der Ladeinfrastruktur sind vor allem die Verfügbarkeit und die Kosten geeigneter Flächen für Ladeparks in Kombination mit der in vielen Teilen mangelhaften Verfügbarkeit von leistungsfähigen Netzanschlüssen, insbesondere für den Aufbau eines LKW-Ladenetzes. Zum Abschluss meines Panels durften die Teilnehmer noch einen Wunsch an die kommende Bundesregierung richten. Mein Wunsch war übrigens sehr kostengünstig, das könnte die Chance auf Umsetzung steigern. Ich habe mir gewünscht die Aufnahme einer Meldepflicht der Ad-Hoc-Preise für Ladestationen bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Für heute war's das, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.